Was ist es denn, das probieren zu beschreiben, was der FC Wiel mit Ihnen gemacht hat, direkt ins Herz in? Ja, ich bin ja da nicht allein schuldig, sondern es ist einfach in der Gemeinschaft geschehen. Wir hatten einen guten Vorstand gehabt, vor allem auch der Spiekow, wir müssen hier gut arbeiten. Und dann müssen wir seine Freunde. Ja, er ist, wie soll ich sagen, als Stichron im FC Wiel, ich glaube, er hat sein Herzblut dem Verein gewidmet. Wir haben so viel für den Verein gemacht und ich glaube, der ganze FC Wiel ist ihm natürlich für die Arbeit, die er über Jahre gemacht hat, unheimlich dankbar. Und es ist natürlich sehr speziell, dass man solche Menschen in so einem Verein haben darf. Und das, glaube ich, muss man auch extrem hoch schätzen. Und wie gesagt, ich habe ihn durch meine Zeit beim FC Wiel und dann als aktive auch in der ersten Mannschaft natürlich immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Und so eigentlich dann, ja, haben unsere Wege immer wieder zusammengeführt. Ich hoffe, ich habe den Award geniessen, eine geniessende Zeit für den Abend und noch weitere erfolgreiche Spiele mit dem FC Wiel. Ich hoffe, ich habe noch lange, dass du noch lange dabei bist. Und unvergesslich noch eine Episode, in der wir zusammen auf Montembray waren und eine Teamsitzung gemacht haben auf Montembray. Und ich habe dann gesagt, hoffentlich kommen wir dann wieder mal auf Montembray. Mich nimmt es wirklich wundern, wie viele dieser Spieler wieder mal auf Montembray sind. Vielen Dank.